Ganz kurz bevor es losgeht, es arbeitet ja schon seit Jahren ein größeres Team an diesen Videos. Auch wenn viele von euch uns noch als die zwei Studenten von damals kennen. Oder vielleicht habt ihr gar keinen Plan, wer diese Videos macht. Auch okay. So oder so wollten wir Marcel aus dem Team zum Test einfach mal die Möglichkeit geben, dieses Video einzusprechen. Er kommt vom Radio und hat echt eine nice Stimme. Bitte gebt ihm eine Chance, auch wenn es am Anfang vielleicht komischer ist. Nein, Dislike. Wie hoch ist das höchste Gebäude der Welt? Wie viele Herzen hat ein Oktopus? Wer ist Jeffrey Dahmer und was bedeutet eigentlich Agitprop? Für Millionen von Menschen ist Wikipedia die erste Anlaufstelle für Antworten auf die Fragen, die wir uns so stellen. Und während man gerade versucht herauszufinden, wie viele Staffeln The Office es insgesamt gibt, erscheint so ein Banner oben auf der Website. Bitte nicht weiterscrollen. Es ist ein bisschen unangenehm, daher kommen wir gleich zur Sache. Wir bitten dich, die Unabhängigkeit Wikipedias zu verteidigen. Hilf uns online zu bleiben. Wenn jeder, der das liest, drei Dollar gibt, kann Wikipedia für ein weiteres Jahr online und werbefrei bleiben. Die meisten spenden nicht. Sie schauen einfach weg. Schon der Preis einer Tasse Kaffee würde genügen. Solche Spendenaufrufe gibt es in allen möglichen Sprachen. Wikipedia fragt auf der ganzen Welt nach Geld. Diese Banner wirken teilweise irgendwie fast verzweifelt. Fast so, als würde Wikipedia kurz vor dem Zusammenbruch stehen und die Spenden ganz dringend brauchen. Aber ist das wirklich so? TikTok so eben gelöscht. Wichtig und richtig. Wenn ihr euch abseits... Bruder, ich schaue gar kein TikTok, wenn mir Leute auf Instagram irgendwelche TikToks schicken in Nachrichten. Digga, ich lösche die Nachricht einfach. Ich schaue die Scheiße gar nicht an. Und mir geht's einfach gut. Mir geht's einfach gut, Digga. Du siehst, ich verpasse nix. Wenn die videoser YouTube-Videos oder Netflix zum Abschalten gerne mal Hörbücher gebt, kann die App BookBeat sehr cool sein. Mit BookBeat habt ihr Zugang zu über 800.000 Hörbüchern und E-Books. Von Ratgebern über Krimis bis hin zur Sachliteratur. In der App könnt ihr die Geschwindigkeit anpassen, Lieblingsstellen markieren und bis zu vier Familienmitglieder einladen. Ihr könnt euch die Hörbücher auch ganz easy herunterladen. Das legen wir allen ans Herz, die regelmäßig in den Funklöchern Deutschlands unterwegs sind. Passend zu diesem Video können wir euch das Buch Die Wikipedia-Story, eine Biografie eines Weltwunders von Pavel Richter, empfehlen. Der Autor war selbst Wikipedia-Editor und hat einige Zeit bei der Organisation Hinterwikipedia gearbeitet. Mit seinem Insider-Wissen schildert er in seinem Buch die Entstehungsgeschichte der Plattform. Über den Link in der Beschreibung und mit dem Code Simplicissimus könnt ihr BookBeat zwei Monate lang mit insgesamt 50 kostenlosen Hörstunden ausprobieren. Aber kennt ihr das, wenn ihr einen YouTuber oder halt mehrere YouTuber einfach auch wegen der Stimme so mögt und dann auf einmal spricht jemand anderes? Das ist mega ungewohnt für mich gerade. Auch wenn seine Stimme gut ist. Aber einfach ungewohnt. Pedia wurde am 15. Januar 2001 von dem Unternehmer Jimmy Wales und dem Philosophen Larry Sanger gegründet. Ursprünglich sollte Wikipedia eine Online-Enzyklopädie werden, deren Einträge von Experten erstellt werden. Testweise veröffentlichten die Gründer dann aber eine vorläufige Version der Plattform, auf der jeder Artikel hinzufügen und bearbeiten konnte. Das Konzept war offensichtlich ein Riesenerfolg. Heute ist Wikipedia eine der meistbesuchten Websites der Welt. Sie wird jeden Monat rund 15 Milliarden Mal aufgerufen. Weltweit gibt es mehr als 58 Millionen Artikel. Allein auf Deutsch sind es über 2,7 Millionen. Seit der Gründung finanziert sich Wikipedia größtenteils durch Spenden. Es gibt keine Werbung auf der Plattform. Die Spenden gehen aber nicht an die Millionen von Wiki-Editoren, die die unzähligen Wikipedia-Artikel schreiben und korrigieren. Das machen sie ehrenamtlich. Sie verdienen damit also kein Geld. Das Geld geht an die Wikimedia Foundation, kurz WMF. Das ist die Non-Profit-Organisation hinter Wikipedia. Der Stiftung ging es zu Beginn vorrangig darum, die Website instand zu halten und einige Angestellte zu bezahlen. Ganz vereinzelt wurden Wiki-Editoren für bestimmte Projekte auch finanziell unterstützt. Der erste Spendenaufruf der Stiftung findet 2005 statt. Schon damals nutzt sie dafür Banner über den Artikeln der Website. Das Ziel ist es zunächst, insgesamt 75.000 US-Dollar einzusammeln. Dieses Spendenziel wird um fast 20.000 Dollar übertroffen. Ein paar Monate später liegt das nächste Spendenziel bereits bei 200.000 Dollar. Auch das wird direkt erreicht. Mit den Jahren kommen die Aufrufe immer häufiger. 2010 wird der Gründer der Stiftung Jimmy Wales auf vielen der Spendenbanner abgebildet. Sein persönlicher Aufruf soll mehr Menschen zum Spenden animieren. Daraufhin wird Wales zum Meme, das Gesicht des Wikipedia-Chefs ist plötzlich überall. Aufgrund des rapiden Wachstums von Wikipedia benötigt die Stiftung zunächst auch tatsächlich von Jahr zu Jahr mehr Geld. 2013 beziffert der damalige stellvertretende Direktor der Wikimedia-Stiftung, das benötigte Budget auf rund 10 Millionen Dollar pro Jahr. Das sei nicht nur genug, um die Ausgaben der Website zu decken, damit könne man zusätzlich auch die Wikimedia-Mission durch verschiedene Projekte und Initiativen erfüllen. Geht eigentlich, ne? Wikipedia? So riesig? 10 Millionen? Ja, würde ich sagen, ist okay. Aber die bezahlen ja auch nicht die Schreiber. Es ist 2023. Es gibt immer noch regelmäßig Spendenaufrufe auf der ganzen Welt. Hier aus Chile, hier aus England, hier aus den USA und hier aus Deutschland. Und teilweise wirken die Aufrufe auch immer noch so, als könnte die Website jeden Moment offline gehen. Zwei Drittel der indischen Bevölkerung leben in Armut und müssen mit weniger als 2 US-Dollar pro Tag auskommen. 2020 wurde in Wikimedia-Spendenaufrufen auf der indischen Version der Seite nach 150 indischen Rupien gefragt. Umgerechnet knapp 1,80 Dollar. In diesen Aufrufen wird dazu aufgefordert, die Unabhängigkeit Wikipedias zu verteidigen. Man solle Wikipedia unterstützen, online zu bleiben und zu wachsen. Wikipedia brauche den indischen Spender. Wirklich. Ein regelmäßiger Spender in den USA wurde während der Corona-Pandemie per Mail von der Wikimedia-Stiftung kontaktiert. Sie bat ihn, die Stiftung in das eigene Testament aufzunehmen. In der Mail war sogar direkt ein Link. Dieser führte zu einem... What? Digga, das ist ja so sass. Okay. Ja, das ist wie wenn die Kirche bei dir anruft. Oh, wir haben sie vermisst. Waren sie das letzte Mal nicht beim Gottesdienst? Ja, ja, ich komme nächste Woche wieder. Ja, wenn sie schon mal dabei sind, seien sie gut und nehmen sie bitte uns in ihr Testament auf. Wenn sie sterben, hätten wir gerne dann ihr Auto und ihr Haus vererbt. Danke! ... dem Anbieter, der es einem ermöglicht, in nur 20 Minuten ein Testament aufzusetzen. Bitte scrollen sie nicht weg. Viele Leute geben nichts und schauen einfach weg. Und wir brauchen Geld von Ihnen. Das ist Andreas Kolbe. Er ist seit über 15 Jahren ehrenamtlicher Editor bei Wikipedia und Chefredakteur Emeritus bei The Signpost, einer Online-Zeitung aus der Wikimedia-Bewegung. Er kritisiert die Spendenkampagnen der Wikimedia-Stiftung seit Jahren, besonders Formulierungen. Dass Wikipedia an akutem Geldmangel leidet und jetzt dringend Spenden eingefahren werden müssen, damit die Webseite weiterhin bestehen kann. Vor 18 Jahren hat das vielleicht noch gestimmt. Doch heute könnte das nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Die Wikimedia-Foundation ist keinesfalls arm dran. Sie ist besser aufgestellt denn je. Seit der Gründung sind die Einnahmen der Stiftung von Jahr zu Jahr gestiegen. Im letzten Geschäftsjahr wurden über 165 Millionen US-Dollar von über 13 Millionen Menschen eingesammelt. Oh ja, also 155 Millionen drüber. Kann man machen. Das Geld kommt von überall auf der Welt, größtenteils aber aus Europa, Nordamerika. Im selben Geschäftsjahr hatte die Wikimedia ein Nettovermögen von über 230 Millionen Dollar. Das sind größtenteils Cash und Investitionen zum Beispiel in Staats- und Unternehmensanleihen. Dazu kommen noch separate 100 Millionen im sogenannten Wikimedia Endowment Fonds, der den freien Zugang zu Wissen auch in ferner Zukunft garantieren soll. Aktuell sind das aber einfach nur weitere Investments, zum Beispiel in Aktienfonds, die möglichst viel Rendite einbringen sollen. Das ist schon eklig, Chad, ne? Also da spendet man Geld hin und das Geld wird in Fonds angelegt, wo es sich vermehren soll. Und diese Fonds können, ich sag jetzt nicht, dass es so ist, weil ich mir die Fonds jetzt nicht angeschaut habe, aber diese Fonds können auch eklige Firmen und Machenschaften supporten, denen alles scheißegal ist, Hauptsache die Rendite stimmt. Mit deinem Spendengeld. Das ist ganz schön eklig, Digga. Fonds, hab ich doch gesagt, Digga. Fonds! Ihr Fonde. Also es ist peinlich tragen zu uns. Nicht ihr Fonde, sondern ihr Fonde. Und es ist überhaupt nicht peinlich. Wenn ich so viele Millionen in der Bank habe, dann ist es nicht peinlich, es ist unverschämt. Nur ein Bruchteil der gesammelten Spenden wird genutzt, um die Website instand zu halten. Heute verfügt die Stiftung insgesamt über genug Vermögen, um die Server für weit über 100 Jahre betreiben zu können. Ohohoho! Huch! Hui! Etwas Zeit auf der Webseite. Da wird dann auch der letzte Bitcoin gemeint. Kapi. Nein, Spaß. Erst in 150 Jahren. Das ist der Wikimedia Foundation und man weiß, wie gut die Stiftung aufgestellt ist und wo das Geld genau hinfließt. Die Seite ist aber leider nicht sonderlich übersichtlich und hat eben nur 7,6 Millionen Besuche pro Jahr und Wikipedia 180 Milliarden. Viele Leute, die auf Basis der panischen Banner ein paar Euro spenden, werden sich nicht die Mühe machen, sich die Organisation vorher mal genauer anzugucken. Die Spenden für den Kaffee und die Unabhängigkeit der Plattform gehen vor allem an die mittlerweile 700 Mitarbeiter. 2022 hat die Stiftung 88 Millionen Dollar für Löhne und Gehälter ausgegeben. 2,7 Millionen Dollar sind für das Internet-Hosting von Wikipedia und anderen Wiki-Projekten draufgegangen. Viele Mitarbeiter arbeiten nicht in der IT, damit dein Besuch auf der Website reibungslos abläuft. Was ist eigentlich mit Forspoken? Weiß das wer? Bruder, Reeps, hast du mal auf Twitch geschaut? Hogwarts Legacy ist aus. Wenn du hier noch einmal nach fucking Forspoken fragst, rass dich aus! Sie arbeiten im Marketing, in der Administration und in Finanzen. Damit die Spendenkampagnen auch weiterhin so gut laufen, beschäftigt die Stiftung eine Reihe von Fundraising-Experten, die genau darauf spezialisiert sind. Es werden Events und Konferenzen auf der ganzen Welt veranstaltet. Es wird Geld für Lobbyarbeit ausgegeben. Außerdem wurden im letzten Jahr zum Beispiel rund 15 Millionen in Zuschüssen verteilt. Das Geld ging zum Teil auch an Organisationen, die nicht zu Wikimedia gehören, aber ähnliche Ziele verfolgen. Durch das ganze Geld, was aber reingekommen ist, haben sich natürlich die Vorstellungen, was eigentlich die Mission der Wikimedia Foundation sein sollte, ganz rabiat verändert. Die Wikimedia Foundation möchte jetzt viel mehr sein, als einfach nur das, was sie sich damals vorgestellt hat. Mit dem klar definierten Projekt von Anfang der 2000er hat die Wikimedia Foundation heute nur noch weniger Gemeinsamkeiten. Das Medienarchiv Wikimedia Commons, Wikibooks oder ein Tierartenverzeichnis sind weitere Projekte der Stiftung. Mittlerweile gibt es auch einige regionale Ableger. Es gibt zum Beispiel den Verein Wikimedia Deutschland, der den Ausbau von Artikeln auf Deutsch fördert. 2021 hat die Stiftung außerdem das kommerzielle Unternehmen Wikimedia Enterprise gegründet. Das Unternehmen soll großen Tech-Konzernen einen leichteren Zugriff auf Wikipedia-Inhalte ermöglichen. Zum Beispiel in Form von solchen Infoboxen, aber auch durch Sprachassistenten wie Alexa und Siri. Wikimedia Enterprise soll eine neue, wichtige Einnahmequelle für die Stiftung werden. Wir haben die Wikimedia Foundation um Stellungnahme gebeten. Auf die Frage, warum die Kampagnen teilweise so weinerlich klingen, unser Hauptkritikpunkt, hat die Stiftung uns leider keine eindeutige Antwort gegeben. Die Stiftung hebt aber hervor, dass die Rücklagen der WMF die Betriebskosten von Wikipedia und den anderen Wikimedia-Projekten für nur 16 Monate decken könnten. Wie diese Betriebskosten aussehen, haben wir ja in diesem Video erläutert. Die Stiftung betont außerdem, dass nicht jeder in der Lage ist, Geld zu spenden und das auch in Ordnung sei. Zu den Aufrufen in Indien schreibt die Stiftung, dass viele Inder die Enzyklopädie nutzen und sie denjenigen, die etwas spenden können und möchten, den Raum dafür bieten wollen. Die WMF schreibt außerdem, dass sie an den Spendenaufrufen arbeiten und dabei im regen Austausch mit den freiwilligen Editoren seien. Wikipedia kann dein Geld gut gebrauchen. Aber wenn du heute nicht spendest, wird die Plattform morgen nicht offline sein. Es wird sie vermutlich sogar noch in 10 oder 20 Jahren geben. Die Stiftung ist finanziell bestens für die Zukunft aufgestellt. Und das ist natürlich auch nicht schlimm. Eine durch Spenden finanzierte Stiftung nimmt es mit den Webseiten großer Tech-Konzerne wie Google, Meta und Twitter auf. Da kann die Stiftung schon ein finanzielles Polster gebrauchen. Und auch wenn hunderte Millionen Dollar an Vermögen viel Geld sind, im Vergleich zu Google und Co. ist das unfassbar wenig. Oh, ja, letztens habe ich mich auch wieder im Online-Banking eingeloggt, Shatner, kennt ihr. Und da stand halt einfach 125 Milliarden. Dann dachte ich mir, Bruder, Karriere am Boden. Ab morgen suche ich mir wieder, ab morgen suche ich mir einen zweiten und dritten Job. Das ist halt wirklich ein geringverdiener. Scheiß drauf, Digga. I imagine, du hast wirklich so ein Kontostand. Es ist auch nicht verwerflich, massiv expandieren zu wollen und neue Projekte zu starten. Wir selbst nutzen Wikimedia Commons zum Beispiel immer wieder für unsere Videos. Aber warum nicht mit offenen Karten spielen? Warum so aufdringlich um Geld betteln? Vor allem in Schwellenländern wie Indien. Warum so tun, als wäre die Unabhängigkeit der Website in Gefahr? Wird tatsächlich in Erwägung gezogen, doch Werbung zu schalten? Oder ist das nur plumpes Marketing und modernes emotionales Campaigning? Teilweise soll man auch für das Engagement der ehrenamtlichen Editoren spenden. Ob die das so cool finden, wenn 88 Millionen US-Dollar der Spendengelder dann als üppige Gehälter an ein paar hundert Mitarbeiter fließen? In etlichen Wikimedia-Foren zeigen sich die Editoren von solchen Aktionen enttäuscht und fühlen sich ausgenutzt. Bei einer Umfrage unter ehrenamtlichen Editoren zur Spendenkampagne im vergangenen Winter waren sich nahezu alle Teilnehmer einig. Die Spendenbanner in ihrer jetzigen Form seien teilweise unwahr und nicht angemessen. Und ich glaube, ihr habt die auch mal gesehen, Chad. Ich fand die auch komisch und komisch und unseriös formuliert für eine Webseite wie Wikipedia. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, nicht zu spenden. Weil ich mir gedacht habe, okay, das hat einfach vom Slang nicht auf Wikipedia gepasst. Und da hatte ich den richtigen Riecher. Bei der darauffolgenden Diskussion nahm auch der Wikipedia-Gründer Jimmy Wales teil. Das Fundraising-Team der Wikimedia-Stiftung testet aktuell neue Entwürfe für die englischen Spendenaufrufe. Basierend auf Vorschlägen der freiwilligen Editoren. Hoffentlich wird Wikipedia langfristig weiter auf das Feedback hören und die Spendenaufrufe global entsprechend anpassen. Denn am Ende ist es natürlich vor allem die leidenschaftliche Arbeit jener freiwilliger Editoren, die Wikipedia so toll und unterstützenswert macht. Tschüss. Hey, hier ist wieder Jonas. Was denkt ihr zu dem Thema? Und wie hat Marcel sich gestalten? Konstruktives Feedback zum Voice-Over könnt ihr gerne unter dem angepinnten Kommentar dalassen. Für mich wäre es eine Riesenentlastung, nicht immer sprechen zu müssen. Und Marcel macht es halt super gerne. Heißt im besten Fall auch mehr Content für euch. Aber ich liebe seine Stimme. Bitte. Jetzt, wo ich jetzt wieder ihn höre. Seine Stimme ist einfach. Und natürlich würde ich die meisten Videos weiter selber einsprechen. Besser ist er auch. Insofern, bis zum nächsten Mal. Aber hat er gut gemacht. Der darf gerne ein Video im Jahr sprechen. Kapi. Wichtiges Video, nicht gewusst. Dann wissen wir in Zukunfts-Chat. Wenn ihr der Meinung seid, okay, ich benutze echt sehr oft Wikipedia in der Uni oder was auch immer. Und ihr sagt, okay, die drei Euro für den Kaffee, die spende ich gerne im Jahr. Dann macht das. Aber jetzt wissen wir, okay, Wikipedia hat ein dickes Polster. Und den letzten Euro müsst ihr dann doch nicht ausflippen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.